In einem Haus hängt ein Raum. In einem Raum steht ein Tisch. In einem Tisch arbeitet eine Content-Maschine. Eine Maschine, ein Tool, ein absolutes Novum, mit dem assoziativ aus Ideen-Content und aus Content-Ideen abgeleitet werden können. Überraschende Kreationen erzeugt in der ersten und einzigen analogen Content-Maschine. Strategen, Ideenentwickler und Texter schätzen sie gleichermaßen. Acht Ringe, Einläufer, unendlich viele Möglichkeiten. Geschichten, Episoden und immer wieder Venustas. Venustas, die Schönheit, die Anmut und ganz im Vertrauen. Mit dieser Technologie wurden bereits ein paar Dutzend erfolgreiche Kampagnen entwickelt. Die Maschine arbeitet in einem Tisch. Der Tisch liegt in einem Raum. Der Raum hängt in einem Haus und das Haus sendet Creative Content. Mit dieserchnischen Kampagnen? Surprise, Aufmerksam carte potato. Wenn nicht hier sind, dasится ein paar Seiten. Je Police.